Willkommen zu einer neuen Runde Ikaros von Rocketworks. Wir spielen wieder den kleinen Charakter. Der ist mittlerweile 8 geworden. In der letzten Mission habe ich die restlichen Materialien noch verballert und habe es da bis auf 8 geschafft. Das haben wir ja noch nicht abgegeben. Damit sehen wir das hier von der letzten Runde löschen. Belohnung beanspruchen. Damit haben wir hier oben 50 mehr. Und wir springen in ein neues Shurfgebiet. Livewire Transcan. Das können wir mal machen. Das ist jetzt neu hier mit diesen Versicherungen. Irgendwie soll nach Ablauf der Zeit dann der Charakter trotzdem wieder hochtransferiert werden. Ähm. Hier steht es. Genau. Wir kriegen eine Belohnung von 100. Wenn wir das innerhalb von 7 Tagen schaffen. Scanner 1, 2 und 2. Ja, Shurfgebiet beanspruchen. 3 Locations. Wissen wir. Hark. Ja gut, wissen wir nicht. Hammer an. Den haben wir letzte Runde gekauft. Genau. Das nehmen wir mit. Das wäre nice zur Unterstützung. Aber das lassen wir hier. Ausrüstung bestätigen. Wir machen es mal auf Privat. Los geht's. In dieser Mission benötigen wir eigentlich auch keine Hütte. Da wir aber noch EP fürs Level abbrauchen oder künftige Level. Ups. Mehrzahl. Werde ich am Ende der Runde eine Hütte auf jeden Fall bauen. Mit allem was wir bis dahin können. Einfach nur um EP zu schrubben. Denn mein nächstes Ziel. Beziehungsweise mein entfernteres Ziel ist in den Missionen jetzt in den kommenden 1, 2 Missionen Level 25 zu werden. Das wird natürlich hart. Level 25 um die Knifter freizuschalten. Und das dauert natürlich eine ganze Weile bis wir die Materialien dann auch zusammen haben. Erstmal für die Level-Ups. Und auch dann die Materialien immer für die Knifter. Aber ab da wird alles viel einfacher in den nächsten Missionen drin. Nicht wundern, dass mein Ladebalken so kurz ist. Ich habe das einfach mal ein bisschen verkürzt zusammengeschnippelt. So, jetzt ihr euch das auch seht. Reicht so schon. Dass wir hier lange warten müssen. So, wo landen wir? 11.12. Wie gewohnt am See. Und ja, raus hier. Das ist mal eine andere Stelle. Sonst sind wir mal da drüben gelandet. Hier oben. Jetzt sind wir mal hier. Aber See ist See. Das heißt, Inventoren. Das sind die Bewegungsgeschwindigkeitsmastdämpfer. Technikbaum werden wir dann später noch skinnen. Der Lente werden wir skillen. Habe ich extra nicht gemacht. Der Punkt geht hier rein. Jawohl. Also noch 1, 2, 3. Dann werden wir dann hier runterkommen. Jawohl. Ähm, wie immer. Kopf runter. Nicht Kopf in den Nacken. Nicht lange schnacken. Aber nee, diesmal ist hier Kopf runter. Und wieder mal Steinchen sammeln. Das ist keiner. Okay. Das ist mal Grafik. Bisschen was trinken, obwohl wir mal voll sind. Wir nutzen es gleich. Und ich sehe hier was rotes Bärchen. Die haben wir dann auch gleich. Am Anfang nutzen wir jetzt hier erstmal nur die öfterste. Und wir haben ja noch keine Axt, ne? Auch noch keine Hacke. Aber die bauen wir uns jetzt. Und zwar herstellen. Erstmal die Steinhacke. Reicht es nur für die Axt? Jawohl. Die kommt sowieso auf die zwei. Den Speerbogen. Kümmern nicht. Dafür können wir nur Fackel. Die brauchen wir sowieso noch. Ähm. So, was brauchen wir noch? Auf jeden Fall Steine für ein Lagerfeuer. Wir brauchen einen Bogen. Wir brauchen Pfeile. Und wir brauchen einen Schlafsack. Und dann können wir schon loslautschen. Das ist das, was du eigentlich für diese Mission brauchst. Vier. Oxy. Ganz normal. Einzug voll machen. Wirklich nichts weltbewegendes. Es sind ein paar Feinde, die dann kommen. Das schwerste ist, wieder einfangen. Erstmal das Zeug zusammenfahren. Und danach der erste Spawnpunkt. So. Was brauchen wir? Herstellung für ein Bogen. Haben wir auch schon wieder zusammen. Der geht auf die 6. Das Messer. Nicht Max. Da unten das Herstellen. Jawohl. Brauchen wir. Dann brauchen wir Max Pfeile. Das heißt, wir müssen jetzt Steine klopfen. Wenn da auch sie noch ein paar Steine rauskommen würden, das wäre geil. Ne? Das klang wie der Grund hat, aber den haben wir doch noch gar nicht geskillt. So. Wir holen jetzt hier einfach mal ein paar Steinchen raus. Die haben wir schon 13.0. Ich sehe ja gar nicht durch den Schatten, wo ich hinkippe. Ich muss. Navigier mich mal. Ne, warte mal. Geh. Mein Stück zur Seite. Bauen uns ein paar Pfeile mehr. Scheint wieder zu kommen. Ich muss tapeln. Oh ne, ist ein Wolf. Nimm mal auch. Komm. Zeig dich. Boah. Boop. Hohohohoho. Der macht ja auch noch Kunststücke für uns. Nein. Jeb, jeb, jeb. So, damit haben wir das erste Fleisch. Vier. Okay. Hasi. Hasi. Und, guck. Das hat jetzt Quietsch gemacht. Wir brauchen noch mehr Fleisch. Und, ah, das heiße ich, wenn du irgendwas zusammenlegst, das sind die Maus. Nicht schön gemacht, aber was. So, jetzt. Hm. Wir kriegen Besuch. Hup. Schein in den Kopf. Genagelt. Geben wir die drei wieder her. Jawoll. Schein in den Kopf. Schein in den Kopf. Schein in den Kopf. Schein in den Kopf. Können wir uns schon herstellen? Nein. Ach, dazu braucht man ja Holz. Das vergesse ich immer wieder. Aber Holz werden wir uns sowieso gleich machen. Dann werden wir dann später auch das Lager holen. Das brennt noch mit am besten. Von dem Anfangszeugs natürlich, ne? Da haben wir jetzt immer nicht, was man oben kaufen kann. Rönt-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Und gehe ich jetzt hin? Hör zacken. Ah, die stellen nur so beschissen und weg. Ja. Ne, ich kenne hier nicht hin beim Einzelnen. Nur die, die mir immer auch im Kopf fallen. Beziehungsweise meine Geschirrung auch schon drüben verpreisen. Das merkt man sich irgendwann. Auf F drauf bleiben. Und schon mal einsammeln. Einfach beim Hacken schon F drücken. Am Anfang, solange wir den Skill nicht haben. Fuck, das öfter mal durch die Gegend durch. Okay. Das ist egal. Holzammler! Sammler! 500 Holz. Wir wollen, Herdemann. Hammer! Nicht nur eins. Mich? Das war noch mehr jetzt. Drei oder vier. Ego. Immer schön. Immer schön her damit. Holz können wir auch gebrauchen. Spätestens wenn wir dann in Holz bauen. Aber ich glaube, das muss man erst noch skillen. So. Da ist was Gutes. Die sieht man aber mittlerweile wirklich schlecht. Hatten wir jetzt genug Steine? Nein, haben wir nicht. Und wieso habe ich nicht mehr durch Steine gehackt? Ah, ich habe mich ablenken lassen. Genau. Deswegen. Und den wollen wir noch dran. Den halten wir hier weiter. Für Falbe und fürs Larafeuer. Sechs. Schnell. Zugenagelt. Ja, ich weiß, der wäre niemals gestorben da dran. Da sollte man eher auf einen Blattschuss ins Herz oder sowas, ne? Aber. Warte mal. Warte mal. Herstellung. Den müssen wir ja nicht reparieren. Herstellen. Sieben. Drei. Dann machen wir nämlich die sie kaputt. Was hier schon wieder schnaufen gehört. Ne. Ne. Ja. Zerstören. Genau. Weil Falbe nicht mehr. Hier. Achso. Das bist du. Okay. Waffe wechseln. Dann können wir uns in dem Fall behalten. Versparen. Na ja. Können wir auf die vier. Hier. Inventor. Da sind ein paar Ständer. Ich hab mich geguckt, wie viel fällt die wir schon haben. Ähm. Inventor. Das könntest du mal mit hochstellen. Herstellen. Ähm. Hier scheint mal soweit alles wichtige zu haben. Bis auf die Klamotten. Oh. Holz. Ja. Holz. Holzbalken. Holzboden. Holzwand. Und damit sind die Punkte schon wieder weg. Und danach dann die Klamotten. Das sieht gut aus. Ähm. herstellen wollten wir. Was wollte ich denn herstellen? Das Lagerfeuer. Genau. Gib mal her. Was ist jetzt? Ach. Level 0. Ja cool. Mal den nächsten Punkt. Gleich mal da rein. So. Hier die Klamotten. Oder heben wir es auf. Level 10. Level 10 können wir gleich hier. Oh. Da können wir schön weiter bauen. Ja komm. Ein paar. Heben wir uns nicht auf. Lagerfeuer. Hammer. Ich höre es schon. Da unten. Ich sehe nichts. Jetzt. Ja. Das Re-Kids. Nehmen wir auch mit. Es wäre gemein das Tier alleine unterwegs zu lassen. Entweder ich mache beide kaputt oder gar keines. Gar keines wäre natürlich am schönsten für die Tiere. Aber ich brauche Walsch. Ich brauche Level. Ich brauche Fell. Genau. So. Dann mal die. Stehen das hier hin. Ein bisschen davon rein. Ein bisschen davon rein. Lege los. Ähm. Zehn Fälle haben wir erst. Davon brauchen wir mal ein paar mehr. Aber wenn wir 3, 4 Flaschen haben können wir schon los rein. Denn wir haben eigentlich alles da. So viel brauchen wir insgesamt nicht. Was wir noch herstellen könnten, wären jetzt schon die ersten 20 Pfeiler. Jawohl. Dann können wir unterwegs damit. Und die für. Jawohl. und das brauchen wir auch. Eins. Legen wir uns gleich mal auf die. Neun. Und hier rennt ja überall das Zeugs rum. Und da das nächste. Jawohl. Ich weiß nicht. Fertig. Eins. Ja das kannst du eigentlich gleich essen. Das kannst du essen. Da sind wir mit Essen voll. Nehmen das mit. Deaktivieren. Ja komm. Nimm alles mit. X. Nimm auf. Wir holen uns unterwegs noch mehr zu futtern. Ich seh's nicht. Ne. Nimm hoch das Küppchen. Da. Wieder nicht. Was legt sie gerade hin? Ja. Jetzt können sie liegen bleiben. Ja. So kriege ich die alten Pfeile auch los. Durchaus. Durchaus. Und du siehst da oben schon alleine das Jagen. Mach mal. Fett. EP.